Ja, hallo meine Lieben. Hier haben wir wieder etwas Schönes, nahe zum Strand, etwa 300 Meter zu Fuß. Und wir haben zwei Bäder. Es ist wieder voll ausgestattet. Es ist dieses Gebäude, knapp acht Jahre alt. Hier ist der Zugangsbereich. Wir haben einen Pool. Und ja, nicht so groß, aber ich sage euch, oft, wenn ich die Pools so sehe, sind sie selten benutzt. Also manchmal hat man den Pool den ganzen Tag für sich, weil halt der Strand auch in der Nähe ist. Und die Leute gehen halt auch lieber an den Strand, manche. Aber Pool ist auch lustig. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. So, jetzt schauen wir uns mal die Wohnung an. Das hier nenne ich Nicht-Fitnessraum, weil das einfach zu wenig. Das sind einfach zu wenig Sachen. Ihr wisst ja, viele haben ein paar so Sachen drin, ob Sauna, Hammam und was auch immer. Fitnessraum in Miniatur-Version, nur damit Sie in die Liste schreiben können. Wir haben auch einen Fitnessraum. Aber trotzdem, also ehrlich gesagt, braucht man gar keinen Fitnessraum hier. Warum? Mein Gott, man geht am Strand joggen, ja. Wenn man joggen will oder läuft lieber. Und bitte nicht zwischen 10 und 16 Uhr, sonst ist es zu heiß. Und im Winter ist es egal. Im Winter könnt ihr laufen, wann ihr wollt. Ich sage es euch zuliebe, sage ich das. Ja, hier das Schlafzimmer mit dem eigenen Bad. Das ist der Balkon mit typischer Mach-Modlar-Aussicht. Dann hier der Eingangsbereich. Hier das Bad. Und Waschmaschine ist mit dabei in dem Fall. Und wir haben eigentlich schon schöne Fliesen. Hier Zimmer Nummer 2. Ja, das ist schon interessant. Hier die Küche. Kleiner dürfte sie nicht sein. Und das Wohnzimmer. Die Wohnung ist knapp 85 Quadratmeter groß. Mit Balkonen um die 90 Quadratmeter plus minus. Das ist der Hauptbalkon. Ist etwas größer. Ja, kostet trotzdem 140.000 Euro, diese Wohnung. Vor Ort kann man natürlich runter handeln. Was soll ich dazu sagen? Ja, der Preis. Vor ein paar Monaten hätte man das Ganze auch für 90.000 Euro bekommen können. Aber leider die Preise. Und ich rede eigentlich fast jeden Tag mit meinen Kollegen und mit dem Bauherrn, mit verschiedenen Bauherrn. Und ist eine Sicht da, dass es mal günstiger wird? Nein, aktuell nicht. Das ist halt wieder eine Aussicht, wo ich halt sage, ja, deswegen mag ich Machmutler nicht unbedingt. Aber egal. Ihr habt es nahezu mehr. Ihr habt einen Pool. Ihr habt eine schöne Wohnung. Und fertig. So etwas gibt es halt nicht in Germany. Könnt ihr fünf Minuten laufen und dann seid ihr am Strand in Germany. Und auch, könnt ihr auch dann den Strand, also ins Wasser zwischen Mai und November. Könnt ihr das? Nein, könnt ihr nicht. Versteht ihr? Darum geht es. Das macht die Türkei so attraktiv. Okay, meine Lieben. Wer die Wohnung sehen möchte, soll sich melden. Der Preis ist mit Möbel. Mit Küchengeräte. Ja, eigentlich nicht schlecht. Für eine Person perfekt. Für zwei Personen perfekt. Mit Kind okay. Und die Lage ist gut. Banken, Cafés, alles in der Nähe. Kommen, einziehen, leben, neu beginnen. Liebe Grüße.